Musik 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 Frau, schön, dass du gekommen bist. Wo ist Jules? Jules. Wann auch immer ich das Vorzimmer des letzten Büros in der zweithöchsten Etage des One Canada Square betreten hatte, hatte sie dort hinter dem Schreibtisch gesessen. Streng zurückgekämmtes Haar, dezenter Lidschatten und wie ein lauerndes Reptil die Zwischentür bewacht, die in das Büro von Ernest Beaufort führte. Ist Beaufort da? Setz dich doch. Mitternacht und die Klimaanlage auf Hochtouren. War Beaufort etwa immer noch auf dem Forest Gate? Es gibt gute Neuigkeiten. Lockhart hat dafür gesorgt, dass sie Vincent freigelassen haben. Gut. Es klingt vielleicht sentimental, aber was hältst du davon, wenn wir, sobald das alles hier vorbei ist, einmal zusammen essen gehen? Nur Kim, du und ich. Das würde mir viel bedeuten. Sicher. Warum nicht? Schön. Sehr schön. Du hast dich mit Caitlin getroffen. Das war nur wegen Beaufort. Ich wollte wissen, wie sie die Sache einschätzt. Die Sache, ja. Vincents Leute haben das Zielobjekt lokalisiert. Hm. Wo? In der Lesness-Abtei. In Abbeywood? Das würde jedenfalls den Weg von Rachel Briscoe erklären. Dr. Rachel Briscoe. Zwei Wochen lang hatten Vincent und ich uns den Kopf darüber zerbrochen, warum sie nach dem Besuch in Ordwich zu Fuß nach Abbeywood gelaufen waren. Du hast freie Hand bei der Operation. Vincent und die anderen werden dich begleiten. Wann? Heute Nacht. Was ist, wenn da noch irgendwelche Leute sind? Selbst um die Zeit. Irgendwelche Leute sind kein Problem. Tja. Ach, und was Beaufort angeht. Er hatte kein Recht, dir zu drohen. Das habe ich ihm eben gerade unmissverständlich klar gemacht. Die Sache mit dem Essen war übrigens ernst gemeint. Ich würde gerne mehr Zeit mit Kim verbringen. Wir werden sehen. Wusste er es? Er wusste es. Aber wieso war Kim dann noch am Leben? Viel Glück. Boford? Der Türknauf zu Bofords Büro war eiskalt. Er hing vor und übergebeugt auf seinem Sessel, in einem Gemisch aus Blut und Knochensplittern, die der Mateber 6 Unica, Kaliber 357, vor ihm auf dem Schreibtisch aus seinem Gesicht herausgespringt hatte. Eines seiner Augen suchte nach mir, als könnte ich ihm erklären, wie das Malheur hatte passieren können. Vielleicht sehnte er sich auch nach Erlösung. Aber es würde keine Erlösung geben. Für keinen von uns. Für keinen von uns. Drei Flaschen Kraft und eine Flasche unser alter Freund Jack. Das macht dann 53 Pfund und 60. Tut mir leid, Mann. Aber wir verkaufen normalerweise nicht außer Haus. Ja, stimmt so. Ja. Dann kann ich den Puff ja jetzt zumachen. So. Ich hab auch noch was für dich. Muss ja nicht jeder sehen, was du da für ein Schätzchen mit dir rumträgst. Ja. Hier. Danke. Sag mal, bist du nicht der Typ aus dem Fernsehen? Was? Aus der Sendung von Susan Dings vorhin. Nein, sie verwechseln mich. Die ist ne falsche Schlange, Mann. Ja. Hat sie schon vor Jahren an die Amerikaner verkauft. Ja, man sieht sich. Wohl bekommst. Ja. Kurz nach Mitternacht. Der leere Parkplatz vor dem Leuchten der Trinity Boy Wharf. Blick auf das aufgeblasene Zirkuszelt der O2 World. Und rechts von mir, Canary Wharf, wo bis vor ner halben Stunde noch Blaulichter gezuckt hatten. Wie lange hatte ich jetzt schon hier gestanden, bevor ich in den Laden rein war? Eine Stunde? Ach, Schäler. Bill, ich bin's. Wo bist du? Ruf mich bitte zurück. Wir müssen reden. Müssen wir? Unter dem Beifahrersitz. Der Aktenordner, den ich bei Big Green rausgeholt hatte. Es gab nichts, was er darin nicht aufgelistet hatte. Über die Bergungsaktion. Über den Würfel. Die Versuche von Seaways, die Ermittlungen zu beeinflussen. Und den Ort, den Rachel Briscoe nach ihrer Rückkehr nach London als erstes aufgesucht hatte. An alle Arschlöcher da draußen. Hier spricht Bill Connolly von wildleaksbill.com. Old Witch Station wartete auf mich. Das erste Projektil verschwand im Körper des Spinnenmonsters. Das zweite, irgendwo in der Decke. Weil ein weißer, fluoreszierender Faden in meine Brust geknallt war, dann erwischte es auch Zuko. Schmerz und noch mehr Spinnenfäden sind wie einem Kokon verbanden, der mich auf den Boden fesselte. Im Schein der fluoreszierenden Kokons sah ich, wie die Spinne plötzlich über ihm war. Die Mandibeln schlossen sich um seinen Hals und injizierten ihm irgendein lähmendes Gift oder sowas. Sein Kopf sackte zur Seite. Und dann die Spinne ließ von Zuko ab. Das Ding, das einmal Deirdre gewesen war, kniete vor Zuko und strich mit eitrigen Händen über seinen Körper. Als würde es ihn analysieren. Und kam zu mir. Von eiterdurchsetzter Speichel, der auf mein Gesicht troff, hielt sich etwas Schwarzes aus ihrem nach Jauche stinkenden Rachenlöster. Dasselbe Wesen wie im Fahrstuhl des Woolwich-Tunnels. Es brauchte einen neuen Körper. Und es hatte sich für mich entschieden. Sie fielen sich zusammen. Wie eine Air-Dancer-Puppe, deren Gebläse abgeschaltet worden war. Während das schwarze, schattenähnliche Ding näher kam. Ich riss den Kopf zur Seite und presste die Lippen zusammen. Aber es glitt einfach weiter. Über meine Nase. Meine Ohren. Grelles Licht. Ein Strahler, der am Ende des Beckens aufgeflammt war. Der Schatten floh in Richtung des Seals und verschwand blitzartig in dem Spalt zwischen den beiden Torflügeln. Sind sie in Ordnung? Dunkle Flecken auf der Netzhaut. Und dazwischen ein Gesicht. Lucy. Der Lucy? Die Spinne. Großes Kaliber, großes Loch. Den beiden folgenden Projektilen wich sie aus und verschwand in einem der Kanäle. Der Lucy steckte die Waffe weg und zückte einen Dolch mit einer langen, silbernen, leicht gebogenen Klinge. Nicht bewegen. Er zerteilte den Kokon wie weiche Butter. Ein Gestank nach verschmorter Seide breitete sich aus. Und die Fäden um die Schnittstellen schmorten zusammen. Wir haben sie uns gefunden. Sie kümmern sich um die Spinne. Was? Sie wird Wege nehmen, die sie kennt. Vielleicht Meile. Töten Sie sie, bevor sie die Abtei erreicht. Die Abtei? Was? Scheiße, vielleicht konnte mir mal jemand sagen, was hier eigentlich los war. Aber... Der Lucy drückte mir den Dolch in die Hand. Die Lähmung bei Mr. Gunn schwindet bereits. Befreien Sie ihn. Und dann verschwinden Sie von hier. Warten Sie. Ich... Ich kenne Lesness Abbey. Das ist keine Abtei. Sie haben recht. Das war ein Fehler, für den ich mich entschuldigen möchte. Hä? Und jetzt gehen Sie. Oder Sie werden sterben. Er folgte dem Schatten in Richtung Seel. Anscheinend wollte er das Tor öffnen. Überredet. Fart. Schön stillhalten, okay? Der Dolch war tatsächlich schärfer als das Taschenmesser. Viel schärfer. Obwohl er gleichzeitig Zuko keinen Schnitt zufügte. Stillhalten, hab ich gesagt. Ich garantiere ich für nichts. Ich bog die verschmorten Reste des Kokons auseinander. Los, hoch mit ihm. Hinter uns hatte die Lucy das Seel erreicht. Scherz. 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 Los, weg hier, bevor es wiederkommt. Aber dann hielt ich selber inne. Als die Seelflügel wie in Zeitlupe zur Seite schwangen. Dahinter war... Schwärze, die zu Leben schienen. Und weiter hinten, sehr weit hinten, ein Lichtschein. Dutzende Glühwürmchen, die in der Luft tanzten. Ihr müsst weg von hier. Sofort. Der Schatten erschoss aus dem Dunkel und stürzte sich auf Delusi. Der bereitwillig den Mund öffnete. Der Schatten schlüpfte hinein. Was ist das für ein Ding? Keine Ahnung. Delusi fiel auf die Knie. Als sein linker Arm abfiel, wie ein verfaulter Ast. Mit dem rechten griff er zu. Und schloss das Sieltor hinter sich. Okay. Nehmen Sie den Stahl. Schau. Ja, klar. Komm, Sie. Der Eingang, in dem die Spinne verschwunden war, lag auf der anderen Seite des Beckens. Ich nahm an, dass er nach Südwesten führte. Richtung Mile End, hatte Delusi gesagt. Die Station lag ungefähr eine Meile entfernt. Und tatsächlich entdeckten wir immer wieder Spuren des weißlich fluoreszierenden Sekrets. Nach einer halben Stunde kreuzten wir einen der Hauptkanäle. Danach wurde es plötzlich erträglicher. Kaum Scheiße zwischen den Füßen. Irgendwann sogar trockener Boden. Und immer weniger Ratten. Am Ende standen wir vor einer Tür. Die U-Bahn. Über den Rücklichtern des letzten Ragens die Aufschrift Ealing Broadway. Der fährt Richtung Innenstadt. Vielleicht hatten wir Glück und die nächste Station war Mile End. Der nächste Zug kommt in zwei bis drei Minuten. Haben Sie eine bessere Idee? Wir lassen den Strahler hier. Wenn der Lokführer entschied, hält er den Zug an. Hoffentlich. Klang logisch. Warum war ich nicht darauf gekommen? Okay. Dann los. Rechts und links nichts als schwarze Wände. Kabelkanäle. Ab und zu unterbrochen von einer Tür mit einer Notleuchte darüber. Verriegelt. Super Notausgang. Los, weiter! Das einzige Licht war jetzt Zogos Taschenlampe. Ich stellte mir vor, wie die Spinne aus einer Nische sprang und uns attackierte. Aber alles, was passierte, war, dass das Nebengleis auf einmal hinter einer Mauer verschwand. Die Wände, rechts und links, schienen immer näher zu kommen. Hinter uns, noch kein Zug. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Wir gucken Sie nach vorne, verdammt! Scheiße! Los, weiter! Keine Panik. Kein Zug. Keine Panik. Immer noch kein Zug. Keine Panik. Ein Zug. Panik. War der Lokführer blind, oder wieso hatte er den Leuchtstrahler nicht gesehen? Zuko, der plötzlich neben mir lief. Ein grünes Zugsignal vor dem Lichtschimmer von Mile End, der viel zu weit weg war. Zuko, der mich zur Seite riss. Metall. Eine Fluchttür. Hinter uns raste der Zug vorüber. Die einzelnen Fenster wie Stroboskopplätze. Dann Dunkelheit. Würde es Ihnen was ausmachen, von mir runterzugehen? Entschuldigen Sie. Oh Gott. Woher wussten Sie, dass die Tür offen ist? Wusste ich nicht. Wir standen in einem kurzen Korridor. Zehn Jahrs entfernt eine weitere Tür. Abgeschlossen. Ich lugte hinaus in den Tunnel. Der Zug war kurz vor Mile End zum Stehen gekommen. Ich würde sagen, gegen den Rest können wir schlendern. Auf dem Bahnsteig drängten sich die Passagiere, obwohl es gar nichts zu sehen gab. Höchstens zu riechen. Zwei Service-Mitarbeiter der Tube eskultierten uns naserümpfend zum Ausgang, wo gerade der erste Streifenwagen eingetroffen war. Dankeschön. Na dann, viel Glück. Wir kümmern uns um die Leute am Bahnsteig. Machen Sie das. Wiedersehen. Wiedersehen. Hey, hey. Ist das Dreckschwein da wirklich Detective Gun? Neulich im Duke. Die letzte Runde, die Sinclair ausgegeben hat. Entschuldigung. Ich wollte natürlich sagen, mein Beileid. Nash. Und das ist wohl Detective Constable Sadako Schau. Wie? Kennen wir uns? Irgendjemand hat Boris drüben den gesamten Carpenters Estate abgesperrt. und euch beide zur Fahndung ausgeschrieben. Hört sich nach Paul an. Tja. Bei uns drüben. Mile End gehörte nicht zu Newham, sondern zum District Tower Hamlets. Ich wischte mein Handy frei von Scheiße. Drei Anrufe von Paul. Soko hatte vier. Okay, wer meldet sich bei Ihnen? Hey, wartet mal kurz. Ernie? Hey, Ernie, mach das mal lauter. MP an alle Einheiten, ich wiederhole. Überfall auf einen Passanten an der Station Bromley by Bow. Wahrscheinlich mit Todesfolge. IC 9, der Täter ist flüchtig. Sie ist doch gleich hier um die Ecke. Sieht aus, als hätte die Lucy sich in der Richtung geirrt. Äh, wer ist die Lucy? Äh, wir brauchen nur euren Wagen. Ich meine, äh, nicht, dass wir nicht helfen wollen. Aber wie wär's erstmal mit einer Dusche und ein paar frischen Klamotten? Keine Sorge, die Reinigung geht aufs Haus. Ist das etwa ein persönliches Versprechen, Detective? Nein, Constable. Nur ein frommer Wunsch. Machen wir mal, Detective. Festhalten auf den billigen Plätzen. Durch das Rückfenster verfolgte ich, wie Zuko draußen einen knallroten Golf anhielt. Den Fahrer herauskomplimentierte und sich hinter Steuer warf. Wir hatten vereinbart, uns zu trennen. Für den Fall, dass die Spinne den Weg durch den Blackwell-Tunnel nehmen würde. Und wohin soll ich jetzt fahren? Erstmal nach Bromley by Bow. Was sagst du dazu, Ernie? Gibt's doch noch ein bisschen Action heute Nacht. Ernie, der mit dem Beifahrersessel verwachsen zu sein schien, sagte gar nichts. Als ich mich nach vorn lehnte, sah ich, dass er sich die Nase zuhielt. Hey, Detective. Äh, die Meiland ist zwischen Brokesley Street und Richard Tressway gesperrt. Äh, äh, deshalb fahr ich unten rum. Ist irre, wir, Kollege. Alles klar. Ernie, mach mal die Musik an. Damit wir vorankommen. Mhm. Ah, das liebe ich ja. Was haben Sie denn da eigentlich unten im Tunnel gesucht, wenn ich fragen darf? Eine Art Verdächtigen. Oh, oh. Ernie, würdest du eine Meile durch die Scheiße kriechen, nur um einen Verdächtigen zu erwischen? Ach, ich krieche seit 20 Jahren durch die Scheiße, falls du's nicht bemerkt hast. Tag für Tag. Auch wieder wahr. Wir waren nicht die erste Streife, die am Bahnhof Bromley-by-Bow eintraf. Blaulichter zuckten über die Brücke, unter der die Bahngleise verliefen. Auf dem Bahnsteig diskutierten ein paar Kopper, während einer von ihnen sich gerade in einem Knoll absperrband verhedderte. Ich schlüpfte an ihnen vorbei und fand etwa 150 Yards Richtung Osten im Gleisbett den ersten Fuß. Gottverdammte Scheiße. Hey, Detective. Brauchen Sie Hilfe? Nehmen Sie mir mal Ihre Taschenlampe. Ja. Hier. Aber... Danke. Bleiben Sie bei Ernie und den anderen. Ich komm zurecht. Ja, gut. Der Rest der Leiche lag über die Böschung verteilt bis zum Stahlskelett, das die U-Bahn-Strecke über den River Lee führte. Ich folgte der Blutspur Richtung Flussufer. Ein paar Buchen, die sich wie Mangroven über das Wasser streckten. An einem Anleger auf der anderen Seite, in dem jetzt ein Hausboot dümpelte, hatte ich als Teenager oft abgehangen und Gras geraubt. Die Schleuse, die den River Lee vom Bow Creek trennte. Der Bow Creek führte die Abwasser des Gewerbegebiets von Abbey Mills Richtung Thameson. Aber wenn die Lucy recht hatte, würde die Spinne weiter dem River Lee folgen. Richtung Silver Town. Garth, was gibt's? Ich hab gerade mit Soko gesprochen. Er ist jetzt im Tunnel. Keine Spur von... Bedingt, dass Sie beide suchen. Klar. Ashley ist mit zwölf Mann rüber zum Carpenters Estate, mit zusätzlicher Verstärkung aus Walton Forest. Sie hat den gesamten Tower durchsucht, aber von Costellos Leuten war keiner da. Wir können Ashley nicht trauen. Genauso wenig wie Lockhart. Hat Soko auch gesagt. Aber ich muss die beiden im Spiel halten, wegen Hammer's Dead. Außerdem habe ich Hubschrauberunterstützung angefordert. Ist gerade eingetroffen, schätze ich. Okay. Sagen Sie ihnen, Sie sollen den River Lee Richtung Süden absuchen. Und geben Sie ihnen meine Nummer. Ja. Wird erledigt. Außerdem muss jemand von uns nach Bromley bei Boe, bevor da endgültig alles plattgetrampelt wird. Aber bitte nicht Lockhart und... Nicht Lockhart und Ashley, schon verstanden. Ja. Das ist sowieso eine Sache für die Bankerdie und die Team. Ja. Viel Glück. Danke. Ich steckte mir das Headset ins Ohr, als mein Blick an der Oberkante der Schleusenwand hängen blieb. Fuck. Und an dem fluoreszierenden Gespinst, das dort flatterte. CW-148 von KM-854. Detective Constable Schau, hört Sie mich? Ich bin ganz Ohr. Ich glaube, wir haben da was. Hm? Kurz vor der Schleife der Limon, Penezuela. Wo? Da schwimmt was im Wasser. Okay. Bin unterwegs. Also doch zurück. Und über die Brücke, die vor Autos gesperrt war. Auf der Halbinsel dahinter das Gewerbegebiet. Privatwege, Durchgang verboten. Scheißegal. Der Weg war nun mal kürzer. Hinter einem wahren Lager zog der Fluss eine Schleife, bevor die Brücke der East India Dog Road in Sicht kam. Direkt dahinter begann auf der anderen Seite die Limouth Peninsula. Die kleine begrünte Landzunge, die der Pilot gemeint hatte, lag davor. Wo ist es jetzt? Weitergetrieben. An der Peninsula vorbei. Hm? Wenn Sie sich beeilen, kriegen Sie es, bevor es in der Temse verschwindet. Okay. Mit einem Puls von 180 erreichte ich den Bahnhof von Canningtown. Gleich dahinter lag das heruntergekommene Gewerbegelände mit dem Hotel, in dem Antoine sich eingemietet hatte. Das in seinem Zimmer Licht brannte, verursachte mir Bauchschmerzen. Aber vielleicht waren es auch nur die Seitenstiche, die sich kurz vor Erreichen der Peninsula eingestellt hatten. Der Hubschrauber schwebte 30 Yards über dem Wasser. Im Kegel des Suchscheinwärters schwamm was Schwarzes. Scheiße! Das ist sie nicht! Es war ein Mensch, der auf dem Bauch liegend im Wasser trieb. Ob Mann oder Frau ließ sich schwer sagen, weil die Spinne ihm oder ihr den Kopf abgeschnitten hatte. Wo haben Sie die Leiche zuerst gesehen? Wie gesagt, oberhalb der Peninsula. Oh, fuck! Also konnte sie überall sein. Allerdings gab es östlich des Blackwell-Tunnels nur einen Weg, um zu Fuß die Temse zu überqueren. Okay, fliegen Sie zum City Airport! Was? Halten Sie sich südlich und suchen Sie das Gelände unterhalb der North Bulletsch ab. Vor allem die Parks und die Gegend und den Fußgängertunnel. Und wenn Sie dann nichts finden, fliegen Sie auf die andere Seite, zum Tunnelausgang. Alles klar! Ich rannte auf die Brücke des Lower Lee Crossing zu und dachte dabei an Wallace und Troy, die hoffentlich in ihren Betten schliefen, anstatt in Silvertown zu dealen. Ich rufe nur an, weil Sie gesagt haben, ich soll anrufen, wenn er zu Big Green fährt. Lockerts, ja. Er ist gerade wieder raus, mit leeren Händen und ziemlich wütend. Soll ich weiter an ihm dranbleiben? Nein, nein, nicht nötig. Machen Sie Feierabend. Ich glaube, ich fahre ins Büro in Penda. Geht sowieso in ein paar Stunden wieder los. Silvertown. Auf der North Bulletsch Road. Keine Autos. Keine Flugzeuge über der Landebahn des City Airport. Als wäre ich der einzige Mensch unter zwölf Millionen, der wach und in Bewegung war. Selbst die beleuchteten Kabinen der Emirates-Seilbahn waren erstarrt und erinnerten mich an die Lichtpunkte in der Finsternis, jenseits des Seals. Ein paar hundert Yards weiter tastete der Suchscheinwerfer des Hubschraubers über die Sträucher des Thames Barrier Park. Endlich erreichte ich das Rondell des Fußgängertunnels. Vor dem Eingang lag ein Junge. Baseballjacke. Blutlache. Wallace! Oh, fuck. Wallace! Wallace, hörst du mich? Er war unterkühlt. Und aus einer Arterie unterhalb der Achselhöhle pochte Blut. Ich riss mir den Pulli runter, schlang die Ärmel um das, was von Wallace' Arm noch übrig war und zog fest zu. Wallace, bleib bei mir! Das gleißende Licht des Suchscheinwerfers ließ seine Haut fast Marmon erscheinen. CW-148. Ein Schwerverletzter, direkt am Tunneleinwand. Ich brauche hier sofort einen Rettungswagen. Verstanden. Wir schicken einen Rettungswagen zum Nordausgang. Und dann fliegen Sie endlich rüber und sichern Sie die Südseite ab. Verstanden. Ende. Wallace! Ich tastete nach seinem Puls. Wallace, verdammt, mach keinen Scheiß, Mann! Keine Ahnung. Wir kriegen das wieder hin! Die Pupillen starrten überall hin, nur nicht in meine Richtung. Zwischen ihm und dem Tunneleingang glitzerten Flecken. Spinnensekret. Wallace, zieh mich an! Wo ist Troy? Gott, mach, dass er allein hier ist. Na klar, mitten in der Nacht. Weil er nichts Besseres zu tun hat. Ganz bestimmt. Wo ist Troy? Sein Blick suchte den Tunneleingang. Fuck, fuck, fuck. Okay, hör mir zu. Ein Rettungswagen ist unterwegs. Du musst einfach nur noch ein bisschen durchhalten, okay? Ich kümmere mich um Troy. Auf der Wendeltreppe, die sich um den Fahrstuhlschacht schlang, noch mehr glitzernde Tropfen und Spinnenfäden. Die Fahrstuhltür war zu. Die Kabine musste also unten sein. Vielleicht hatte Troy Glück gehabt. Und war drin gewesen, während die Spinne... Oder er hatte draußen Panik bekommen und war davongerannt. Oder, oder, oder. Die Spur zog sich über die Stufen nach unten bis zur offenen Fahrstuhltür. Die Kabine war leer. Auch im Tunnel. Weit und breit kein Blut. Und keine Spinne. Dafür auf halber Strecke Troy. Den Rucksack auf den Rücken und die Hände in den Hosentaschen. Wie auf einem Sonntag nach Mittag spaziergang. Ich hatte etwa ein Drittel der Strecke zurückgelegt, als die Tunnelresonanzen meine Schritte bis zu ihm trugen. Er drehte sich um und seine Augen wurden groß. Troy! Er war noch nie der Hellste gewesen, aber nach drei Sekunden kapierte auch er, dass das schwarze Ding in meiner Hand eine Waffe war. Troy, du Idiot! Bleib stehen! Bleib stehen, verdammt! Clever, Schau. Was hast du gedacht, was er tun wird? Mit einem Rucksack voller Gras auf dem Rücken. Ich bin nicht wegen euch da! Bleib stehen! Troy! Vor meinen Augen tanzten Sterne, als er den Südausgang erreichte. Eine halbe Minute nach ihm erreichte ich den Treppenabsatz. Jetzt einfach hinlegen. Auf die Stufen. Troy! Troy und den Rest der scheiß Stadt ihrem Schicksal überlassen. Stattdessen. Troy? Ich leuchtete die Stufen hoch. Der Ausgang war nicht mehr weit. Ich konnte schon den Schimmer der Straßenlaternen sehen. Das Mistvieh musste also direkt vor mir sein. Im Schatten der Ausgangstür. Etwas Schwarzes flog in meine Richtung. Trolls Rucksack. Ich hatte die Watte im letzten Moment nach oben gerissen. Bitte nicht schießen! Troy! Troy! Scheiße, bist du in Ordnung? Troy! Ich schlug seine Jacke auf. Flüchtiger Blick. Kein Blut. Mann, wieso bist du nicht abgehauen? Trolls Rucksack. Bitte, das ist so ein typischer Entfangen. Und ein Hubschrauber. Ich dachte, ihr wollt mich fertig machen. Hast du sie gesehen? Wen? Als du aus der Kabine raus bist. Was stinkt hier eigentlich so? Sind Sie das etwa, Detective? Nimm deinen Scheißrucksack und lauf zurück zu Wallace. Zu Wallace? Hey, der deine Hilfe braucht. Aber der ist doch... Jetzt mach und verpiss dich endlich, bevor ich's mir anders überlege. Okay. Klar, Detective. Wie lange sind Sie schon hier? Ein paar Minuten. Ich dachte schon, ich wäre zu spät dran. Sind Sie auch. Sie muss vor Ihnen raus sein. Fahren Sie da vorn links. Und dann die Bersport lang. Alles klar. Geht's hier ein Rippen? Was gibt's? Der Notarzt ist da. Der Junge vor dem Tunnel wird versorgt. Okay. Danke. Aber wir haben immer noch keine Spur von... Von... Dann suchen Sie weiter. Es ist irgendwo hier auf dem Weg. Richtung Abbey Wood. Verstanden. Ende. Auf der Plumstead High, die fast schnurgerade Richtung Abbey Wood führte, ich schloss für einen Moment die Augen und bereute es. Denn sofort sah ich wieder den Menschenkopf mit dem gespaltenen Gesicht vor mir. Wir jagten einen Monster. Das einmal ein Mensch gewesen war. Oder eine Spinne. Wie war dieses Ding entstanden? Und wo hatte es so lange wachsen können, bis es das Gewicht einer ausgewachsenen Seekuh erreichte? Das Geflecht aus Tubifex-Würmern. Die seltsamen großen Ratten. Hatte der Schatten, der Deirdre besetzt hatte, die Monstren geschaffen? Ein Spinnenfaden auf der Kühlerhaunde. Ich konnte das Scheiß wie nicht mal sehen, als der Wagen auch schon auf die Gegenfahrbahn schleuderte. Direkt vor uns, der einzige 30-Tonner weit und breit. Der LKW-Fahrer. Scheiße. Keine Sache. Ich rufe einen Notarzt. Und hinter ihm... ...sein Kopf flog davon. Flucht Fontäne. Dann waren die Beine der Spinnen auch schon auf der Karosserie. Auf dem Armaturenbrett. Und auf dem fucking Airbag, der gerade in sich zusammensank. Die gespalten Schädel starrte mich an. Schau! Schau, alles okay? Ja. Sie war weg. Ich hatte noch gesehen, wie eine der Kugeln ihr den Kiefer zerfetzt hatte. Dann war sie von der Kühlerhaube gesprungen. Können Sie sich bewegen? Die Kugel! Ich komme hier nicht raus, Sam. Ich komme hier nicht raus! Ganz ruhig! Ich komme rüber! Ich bin sofort bei Ihnen! Er versuchte, die Tür zu öffnen. Dabei stieß sein Fuß gegen den Kopf des LKW-Fahrers. Er kullerte durch die Jugendpfütze. Können Sie aus dem Sitz raus? Ich... 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 Ich darf schon. Die Tür ist verzogen. Sie müssen rüber auf meine Seite. Versuchen Sie, die Beine freizukriegen. Okay. Sehr gut. Und jetzt raus! Ich hab's hier. Alles klar. Und jetzt noch die Beine. Hey! Halten Sie an! Polizei! Anhalt! Okay. Kommen Sie hoch! Was läuft hier? Wo ist die beschissene Verstärkung? Mein Handy lag unter dem Airbag. Zersplittert. Fuck. Da! Da ist sie! Hört hier auf! Hört hier auf! Sie war da! Unter dem LKW! Vorne oder hinten? Hinten! Glaube ich. Okay. Kommen Sie. Sie links, ich rechts. Okay. Er verschwand auf der anderen Seite. In der Mitte des Auflegers bückte ich mich. Zwei Beine. Zuko. Blick nach vorn. Nach oben zum Dach. Auf das Hinterrad. Anscheinend ist sie schon weiter. In Richtung Abtei. Kommen Sie. Was denn in die Karre? Wenn Sie meinen, Sie kriegen unseren Wagen wieder flott, nur zu. Ansonsten. Er rutschte rüber auf den Fahrersitz. Können Sie so ein Monster überhaupt fahren? Wenigstens sitzen wir jetzt schon ein bisschen höher. Falls sie nochmal angreift. Im Außenspiegel sah ich, wie die Schaufensterscheibe eines Imbiss näher kam. Saat! Was war das? Hot Chinese Meals to take away. Schätze, aber so haben die das nicht gemeint. Der Arsch des Anhängers löste sich aus dem Schaufensterhahn und nahm alles mit, was nicht festgeschraubt war. Soll ich vielleicht raus und Zeichen geben? Nicht, dass ich mich drum gerissen hätte, aber... Kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Perfekt. Haben Sie das gelernt? Autoscooter. Eins steht damit wohl fest. Es hat seinen eigenen Willen. Ich nehme an, Sie reden nicht von der Karre hier. Vielleicht folgt sie einer Spur. Eine Art Geruch oder so. Und das Wurmgeflecht? Und der Schatten, der Deirdre besetzt hat? Die leuchtenden Punkte in der Finsternis hinter dem Seel? Zuko warf mir sein Handy zu. Hier. Gucken Sie Paul an. Er soll dafür sorgen, dass der U-Bahn-Verkehr ausgesetzt wird. Die DLR auch? Aha. DLR, Tube, Overground. Alles, was unterirdisch oder irgendwo zwischen Stratford und Aldwych unterwegs ist. Das wird das totale Chaos. Ja. Ich schaltete den Lautsprecher ein und wählte Pauls Nummer. Es brauchte nicht viele Worte, um ihn zu überzeugen. Ach ja, und noch was, Gav. Ich will echt nicht drängeln. Aber was ist jetzt mit der Verstärkung? Angeblich gibt es Probleme mit dem Funkverkehr. Angeblich? Ich kümmere mich darum. Bleiben Sie in der Leitung. Ich stelle die Verbindung zu. Hallo? Gav? Hallo? Hallo? Genau wie in der Nacht, als John gestorben ist. Was? Der Funkverkehr. Da war es angeblich ein Server-Ausfall, der das System lahmgelegt hat. Genau in der Zeit sind die falschen Kopper der City of London-Pullis am Anleger aufgetaucht. Die Falle? Kurz vor der Explosion? Hab's im Bericht gelesen. Es gab keine Falle. Aber... Und keine Kopper, sagt Hammerstedt. Es wurde sogar abgelehnt, eine Phantomzeichnung anfertigen zu lassen. Was? Das ist doch... CW-148 an KF-854, hören Sie mich? KF-854 an CW-148. Ja, ich höre Sie. Und zwar klar und deutlich. Wir haben uns inzwischen dieses Abteigelände angesehen. Scheint alles ruhig zu sein. Bleiben Sie einfach in Position. Wir sind am Bostel Hill und fahren direkt auf Sie zu. Verstanden. Hört sich alles nicht gut an. Das mit dem Serverausfall. Bedeutet das vielleicht, dass Sie mir zustimmen? Das bedeutet, dass wir vielleicht bei Schein andermal darüber sprechen sollten. Aha. CW-148 an KF-854, sind Sie noch da? Was? Ja. Sie sagten, Sie sind am Bostel Hill. Aber alles, was hier unter uns rumfährt, ist ein 30-Tonner-Samt-Anhänger. Stimmt. Wir haben uns ein bisschen vergrößert. Da vorn geht's rein. In die New Road. Unten an der Abbey Road können wir parken. Okay. Die New Road verlief abschüssig. Das Abteigelände lag auf der rechten Seite und wurde von Bäumen verdeckt. Ich schlage vor, nochmal den Wald abzufliegen. Aber dafür wäre es gut, eine genauere Beschreibung des Täters zu bekommen. Können Sie haben. Der Täter ist ein Tier. Sie meinen, ein Wolf oder sowas? Suchen Sie nach allem, was groß und schwarz ist und ein paar Beine zu viel hat. Hat es auch Krallen? Wie kommen Sie darauf? Irgendwas muss in ihr die Dachplatte aufgeschlitzt haben. Fuck. Im gleichen Moment krachte Schweres auf das Führerhaus. Auf der Windschutzscheibe erschien ein Spinnenbein. Die Spinne flog auf den Asphalt. Gas! Los! Gas geben! Das Biest sortierte gerade seine Gliedmaßen, als es von der Kühlerhaube erwischt wurde. Ja! Wir haben es! Ich wartete auf das Geräusch eines brechenden Jitin-Panzers. Aber... Scheiße! Haben wir es erwischt? Ich denke schon. Okay. Fahren Sie weiter runter zur Abbey Road. Ein Faden klatschte gegen die Beifahrerscheibe. Gefolgt von der Spinne. Dieser Mensch, du hast nur, das heißt nicht! Christian! Ich dachte, wir hinschauen! Oh! Aber diesmal flog die Spinne nicht davon, sondern baumelte an einem einzelnen Faden vor der Kühlerhaube. Ein zweiter Faden schoss gegen die Scheibe. Die schwarzen Augen starrten mich an. Wir hatten recht. Das Scheißding ist intelligent! Wir müssen die Fäden kappen! Der Dolch! Okay, ich geh raus! Ich kapp die Fäden! Und die geben Gas, wenn's drauf ankommt! Bevor er widersprechen konnte, war ich draußen und lehnte mich über die Kühlerhaube. Der erste Faden. Dann der zweite. Blieb ein letzter, der unter dem Gewicht der Spinne zitterte. Sie musste irgendwo unterhalb der Kühlerhaube lauern. Die Klinge berührte ihn gerade, als er sich spannte und die Scheibe aus dem Rahmen fetzte. Ich versuchte, mich am Türrahmen festzukreuen und griff daneben. Auf dem Asphalt rollte ich mich ab und warf den Dolch. Treffer! Jetzt, komm! Komm! Ich sprang zurück ins Führerhaus. Der Laster ruckte an, aber zu langsam. Plötzlich war die Spinne an Sukos Seite. Scheiße! Sucko riss der Steuer herum. Die Spinne schien über dem Führerhaus zu schweben, als das Vorderrad gegen die Verkehrsinsel an der Abbey Road krachte. Und ich segelte an der Spinne vorbei, auf die Reihe der parkenden Autos. Und in mir räumte der Laster die Pkw's ab wie eine Reihe Kegel. Der Anhänger rettete mir das Leben, indem er zehn, zwölf Jahre neben mir in die Hausfassade krachte. Und den Aufleger und das Führerhaus mit sich zog. Der Vorgarten war übersät von Computerbildschirmen und rosa Riesenteddys. Ein Buchsbaum war mit Büstenhaltern geschmückt. Sucko kämpfte sich aus dem Trümmer. Sind Sie okay? Aufpassen! Da tauchte der Hubschrauber auf. Der Lichtkegel irritierte das Ungeheuer. Und dann... Selbst das erste Projektil hatte die Spinne zurückgeschleudert. Die MP-Gabe folgte ihr über die Hausfassade in Richtung Wuchsbaum. Ich warf mich hinter einem der Autos in Deckung. Die Spinne aber schleuderte ihre Fäden. In Richtung Hubschrauber. Einer geriet zwischen die Blätter des Heckrotors. Der zweite und der dritte trafen Kufe und Cockpit. Panisch versuchte der Pilot, die Maschine abzufangen. Aber da blockierte der verklebte Rotor entfügt. Die Maschine rotierte um die eigene Achse und schmielte ab. Der MP-Schütze flog wie eine Puppe aus der offenen Tür. Und knallte gegen einen der Wagen. Die Maschine schrammte über den Asphalt. Rotorblätter knippten ab und zerrissen auf uns. Bis sie endlich 100 Yards weiter, als ein Ball aus Stahl und Glastrümmern zu liegen kam. Die Spinne war mitgeschleift worden. Bis sie die Fäden gekappt hatten und... Eine weißliche Sekretenspur zurücklassend, wie ein Blitz in Richtung der Abteiwiese verschwand. Kümmern Sie sich lieber um den Piloten! In den meisten Häusern war Licht angegangen. Ich legte ein neues Magazin ein. Alle zurück in die Häuser! Sofort! Wer ist die bescheuert? Wo ist sie hin? Die Böschen drauf. Der Abtei. Ich meine, wie viele Leben hat dieses Scheiß-Wie? Oder wir stellen es auf deinen Kanal, ja! Ich hab gesagt, zurück ins Haus! Sofort! Mann, jetzt krieg dich mal ab, weise! Man wird ja wohl noch im Bier reden. Verpiss dich! Hören Sie auf! Beschissene Spanner! Es sind einfach nur Menschen, vor deren Haus gerade ein Hubschrauber explodiert ist. Wo Sie es gerade ansprechen, sehen Sie irgendwo in diesem ganzen verdammten Viertel auch nur einen beschissenen Kopper? Und wieso hat so einen Überwachungshubschrauber auf einmal eine MP dabei? Keine Ahnung. Schön. Dann holen wir uns das Scheiß-Wie eben allein. Halt! Hä? Erstmal holen wir uns diesen komischen Dolch. Gute Idee. Wir fanden ihn oberhalb der Verkehrsinsel auf dem Asphalt. Und ich nahm mir zum ersten Mal die Zeit, ihn genauer zu betrachten. Eine leicht gekrümmte Klinge, vielleicht arabischer oder maurischer Herkunft. Und gleichzeitig so makellos, als wäre sie gerade erst vom Band einer Schmiede in Sheffield gefallen. Kein Tropfen Spinnensekret. Keine Rückstände von Spinnenfäden befanden sich daran. Auf dem Rückweg zur Fußgängerbrücke, die auf die Abteiwiese führte, wichen die Schaulustigen vor mir zurück. Als hätte ich den bösen Blick oder sowas. Kaum waren wir an ihnen vorbei, rissen sie wieder ihre Handys aus den Taschen. Ich mein, scheiße, was ist denn jetzt? Mit den Streifenwagen. Wie gesagt, wir an Heiligabend. Ach ja? Ich mein, es ist ja wohl eine Sache, locker zu bestechen und dann irgendwelche Typen von der Straße in Polizistenuniformen zu stecken. Aber halb London absperren. Alle Streifenwagen weg und ein Hubschrauber mit MP, das ist... Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir macht das irgendwie mehr Schiss als die Riesenspinne. Mir macht es auch Angst. Ja, gut, dass Sie das erwähnt haben. Apropos Einsatzwagen, da vorne. Ein grau-lackiertes Zivilfahrzeug näherte sich aus östlicher Richtung der Brücke. Auf dem Dach klebte ein Blaulicht, das aber nicht eingeschaltet war. Genauso wenig wie die Sirene. Das Nummernschild kam mir irgendwie bekannt vor. Forest Gate Parkplatz. Zwei Plätze neben meinem Wagen. Guten Abend, die Damen. Locker und Ashley. Guten Abend. Jeweils eine Schrotflinte in der Hand. Sagt mal. Riecht irgendwie verbrannt hier. Oder habt ihr beide einen neuen Duft aufgetragen? Mussten Sie sich erst noch die Schuhe zubinden, oder was? Locker deutete mit der Flinte über das Wagendach in Richtung Abteiwiese. Dann werden wir uns das Scheißvieh mal vornehmen. Wo ist der Rest der Kavallerie? Kommt von der Südseite. No blues, no twos. Es war Pauls Anweisung, dass sie sich anschleichen sollen wie Indianer auf dem Kriegsfad. Das ist doch Bullshit. Sie meinen? Aldis und ich sichern die Ostseite. Ich werde auch ein Auge nach Süden haben. Bevor sich die Krieger von der Firearms Unit da wahrscheinlich schon gegenseitig auf den Füßen stehen. Sicher ist sicher. Und wir? Sie? Komm von hier aus. Sobald Sie das Zeichen geben, rücken wir vor. Ist schließlich Ihre Operation. Detective Praktikantin. Wie wär's, wenn Sie nach Hause fahren und sich ins Knie ficken? Schwimm. Ein Versuch ist es wert. Hä? Soll das vielleicht ein Witz sein? Was passt Ihnen denn wieder nicht? Wo ist die tote Fliege auf der Torte? Spucken Sie's schon aus? Woher wissen Sie von der Spinne? Wusste ich nicht. Das hörte sich eben aber anders an. Wirklich? Hast du Spinne gesagt, Aldis? Kann mich nicht erinnern. Ich, Idiot, dachte natürlich, es wären Menschen gewesen, die das Ding dahinter Ihnen vom Himmel geholt haben. Aber wenn Sie sagen, dass wir Tarantula jagen. Und da haben Sie beide mal eben zufällig das passende Besteck mitgebracht. Praktisch, oder? Ist das mein Privatfundus? Es hat mir erlaubt, mich zu bedienen. Das ist noch ein anständiges Repetiergewehr. Nicht so eine schwuchtelige Gasdrucklader-Scheiße. Bleiben Sie am besten immer einen Schritt hinter mir. Da kann Ihnen nichts passieren. Okay, auf geht's. Zehn Minuten ab jetzt. Wer das Spinn-Ding zuerst erwischt, darf morgen Abend den Duke freisaufen. Na komm, holen wir uns. Wir sehen uns. Was sollte denn der Auftritt? Die Munition haben Sie noch. Das feuchte, knöchelhohe Gras der Abteiwiese wurde vom Lichtsmog der Vorstadt in gelblichen Schein getaucht. Vor uns, in der Mitte der Wiese, die Grundmauern der Abtei, wie die schwarze Welle aus dem Boden ragten. In jeder Mauer gab es mindestens einen Durchbruch, der vielleicht einen früheren Eingang darstellte. Zu einem dieser Durchbrüche in der südlichen Grundmauer führte die Sekretspur. Die Wiese hinter der Mauer? Leer. Wir teilen uns auf. Sie gehen links an der Mauer lang, ich rechts. Wenn Sie das Ende erreicht haben, geben Sie ein Lichtsignal. Wir treffen uns in der Mitte wieder genau hier beim Tor. Sarge? Hä? Glauben Sie, was Lockhart gesagt hat? Dass die Firearms-Unit das Gelände von der Nordseite abriegelt? Nein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Am Absatz der Mauer, die zum Ende hin abflachte, bucherte Heidekraut. Der Boden war uneben, sodass ich versucht war, die Taschenlampe einzuschalten. Dann dachte ich an Lockhart und Ashley und ihre Waffen und ließ es bleiben. Nach einer halben Minute erreichte ich das Ende der Mauer. Keine Spinne auf dieser Seite. Ich wechselte auf die andere Seite und gab das Lichtzeichen und sah die Spinne. Jedenfalls glaubte ich, dass sie es war. Ein schwarzer Berg, der sich ungefähr in der Mitte, nur wenige Jahrs vom Durchbruch entfernt, und die Mauer kauerte. Sukos Schatten auf der anderen Seite. Er blieb fünf Jahrs von der Spinne entfernt stehen. Ich auf meiner Seite genauso. Jetzt war die Lampe wohl doch eine gute Idee. Die schwarzen, dürren, behaarten Beine schienen den Lichtkreis zu fürchten und schmiegten sich an den glänzenden Panzer, in dem Sekretreste und Fetzen fluoreszierender Spinnenseide klebten. Die Spinne blutete aus mehreren Wunden. Leuchten Sie jemand ins Gesicht. Der knaffende Spalt. In einer Fratze wie aus Pappmaché. Die Lieder schoben sich über die verschleierten Augäpfel. Sie machte keine Anstalten, uns anzugreifen. Sie weiß, dass sie stirbt. Mein herzliches Beileid. Verstehst du uns? Kannst du sprechen? Farsk! Woher kommst du? Der Mund bewegte sich. Kaum wahrnehmbar. Als gäbe es da tatsächlich so etwas wie eine Erinnerung daran, wie man sich artikulierte. Wie bist du entstanden? Die Beine blitten zur Seite und gaben den Blick auf den Panzer frei. In dem glitzernden Fleisch unter der aufgerissenen Ketinfläche pulsierte etwas. Eine Art Herz? Sie versteht, was wir sagen. Der Dolph. Verwarten Sie! Die Spinne versuchte, sich zurückzuziehen. Aber hinter ihr war die Mauer. Stecken Sie ihn weg. Vielleicht bekommen wir noch ein paar Antworten von ihr. Sie wollen mit ihr plaudern? Vielleicht über den Schatten der Derry... Eifel! Sind Sie bescheuert? Nicht zu fassen. Sie hatten tatsächlich recht, was dieses Ding angeht. Er drückte die Mündung gegen das Loch, das die Schrotladung in den Kopf der Spinne gerissen hatte. Die Mandibeln zuckten, wie unter einem letzten Aufflackern der Ganglien. Dann lag der Kadaver still. Es hat einen ziemlichen Rummel geben. Ich meine, falls jemand außer uns davon erfährt... Wo ist Lockhart? Und wenn wir schon dabei sind, wo ist eure ach so tolle Firearms-Unit? Sie hätten das ja nicht sehen sollen. Wirklich nicht. Niemand von uns hätte das. Runter mit der Waffe, Ashley. Tun Sie es lieber. Wissen Sie was? Lockhart hat mir nie erzählt, mit wem er bei Seaways Kontakt hatte. Das lief immer nur über ihn. Was? Und Hammerstedt. Hammerstedt? Aber was ich weiß ist, dass es auch bei Seaways Leute gibt, die Zweifel haben, und... Ashley! Er hatte auf einmal nur noch ein Auge, in dem sich so etwas wie Erstaunen spiegelte. Für mich lief alles wie in Zeitlupe ab. Das dumpfe Klatschen, mit dem das Geschoss an Ashleys Hinterkopf austrat, und Blut- und Knochensplitter in die Nacht fiel. Das Rascheln seines Hosenbeins, als die Flinte daran zu Boden geht. Runter! Den Aufprall des Leichenarms bekam ich nicht mit, weil Zuko mich zu Boden gerissen hatte. Licht aus! Zwischen die Beine des Spinnenkadavers. Sind Sie okay? Mhm. Wie viele sind es? Vier oder fünf, 40. Fuck. Und Sie kommen näher. Lockhart. Auf jeden Fall zwei aus Nordwesten. Und mindestens zwei aus Nordrhein-Richtung. Wir müssen hier weg. Sein Blick flog über die zweite Steinmauer. Wohin geht's da? Da ist die Mauer vom Kirchenschiff. Dasselbe nochmal auf der Nordseite. Und überall gibt's diese Durchgänge, oder was? Wenn wir es durch die Mauern auf der Nordseite schaffen, schaffen wir es vielleicht in den Wald. Sie laufen vor. Ich gebe Ihnen Feuerschutz. Aber... Nehmen Sie Ashle die Flinte ab und alles, was er noch an Waffen dabei hat. Sie haben zehn Sekunden. Okay. Im Schulterholster eine Smith & Wesson, neun Millimeter. Und in der Jacke ein Ersatzmagazin. Außerdem eine Schartel Patronen für die Remming. Alles klar. Bereit? Bereit. Es war fast die Joppe. Der eigene Atem. Der eigene Herzschlag. Nur, dass ich außerdem ein paar Haken schlug. Und Glück hatte, weil sich das Feuer auf Suko konzentrierte. Unversehrt erreichte ich den Durchgang in der Grundmauer der Abteilklattchen. Ein paar Yards links von mir war die Mauer an kleineren Stellen eingefallen, sodass man die Spalte als Schießscharten benutzen konnte. Ein Gegner, 30 Yards nordöstlich, an der Mauer hinter der Suko kaufte. Und in Deckung. Zum nächsten Spalt. Der nächste Gegner. Suko war aufgesprungen und rannte auf mich zu. Was er jetzt brauchte, war ein bisschen Blendwerk zur Ablenkung. Er schließt Smith & Wesson. Mitte in der MP-Gabe eine Schrotflinte. Lockhart. Saj, hierher. Zwei Gegner rechts, zwei links. Einer, den ich anscheinend nur halb erwischt hatte, pumpelte. Vorsicht! Scheißkerle! Was soll das? Sind Sie in Edenshüde? Haben Sie die Flinte gehört? Das ist Lockhart. Sie verschwinden unserer Munition. Wenn wir hier rauskommen wollen, müssen wir darüber. Er deutete auf den Spalt, hinter dem die Ladies Chapel gelegen hatte. Wenn wir da durchschauen, müssen wir nur noch über die äußere Mauer... Bitte, Saj! 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 Er tat Lindfeuernd auf die Ladies Chapel zu. Eine MP-Gabe folgte mir, aber die Geschosse erwischt mich nicht. Bis auf eins. Schmerz. In der rechten Schulter. Dann überall. Bis der Körper gegensteuerte. Mit Adrenalin. Der verdammt besten Droge überhaupt. Die... Alles verändert. Die Mauern ringsum. Die zu wenden wurden. Und säulengestützten Bögen. Mit einem Dach darüber. Das Gras in meinem Rücken. Oder zu kaltem Stein. Ich lag auf Fliesen, die mit Insektenähnlichen Symbolen geschmückt waren. Inmitten der geschlossenen, von brennenden Fackeln erhellten Abteikirche. Du verlierst vielleicht den Verstand, aber du wirst hier nicht sterben. Hoch mit dir! Die Fliesen. Alter. Alles war so, wie ich es in Erinnerung hatte. Bis auf den Mann am Eingang. Schwarze Jack. Sturmhaube. Die geschmeidigen Bewegungen. Vincent Costigan. Ich suchte Schutz hinter einer der Säulen. Zehn Schritte bis zum Stein an den Altar. Und zur Ladies Chapel. Vielleicht acht. Ich schaffte mich mit dem Rücken gegen den Altar. Costigan kam näher. Was hatte ich noch? Die Smith & Wesson von Ashley? Ich musste sie beim Sturz verloren haben. Blieben noch die Beretta mit einem halbvollen Magazin und die Remington. In der Schachtel waren sechs Patronen. Er war höchstens sechs, sieben Schritte weg. Keine Zeit mehr. Ich ließ mich auf die Seite fallen und feuerte am Altarfuß vorbei. Daneben. Fuck. Costigan hatte sich hinter eine Säule geflüchtet, als auf der anderen Seite etwas aufblitzte. Ein zweiter Gegner. Hör auf! Eine Frau? Geben Sie auf, Detective Schau. Nur noch zwei Patronen. Und sie würden hören, wenn ich die Remington nachlud. Wer sind sie? Geben Sie auf und ihnen passiert nichts. Sie haben zehn Sekunden. Schuhe mit Gummisäulen. Aber ich hörte trotzdem, wie sie die Positionen wechselten, um mich zu verwirren. Wie fremd sich auf einmal alles anfühlte. Aussah. Als wäre die Welt in Falschfarben getaucht. Okay. Ist ja gut. Weg mit der Plinte. Ich ließ die Remington hörbar fallen und umfasste die Beretta fester. Schieben Sie sie rüber, sodass wir sie sehen können. Klar. Zufrieden? Und jetzt die Pistole. Und danach kommen sie langsam raus. Mit erhobenen Händen. Das klang fast. Aufmunternd. So verständnisvoll. Erledige sie, Ben. Bitch. Ich federte sie. Schoss, während ich in Richtung der Lady's Chapel schwang. Kostig ins Kugeln voll zu mir. Querschläger wie Meteoritenschauer. Der Türrahmen splitterte. Dann war ich durch. Warg mich zu Boden. Wäldste mich herum. Und schoss blind, was das Magazin hergab. Oh, fuck. Hinter den kleinen Altar. Oh, fuck. Ich blickte auf das kleine Fenster über dem Altar. Die Dunkelheit dahinter. Ende der Scheißgeschichte. Fuck, was? Was? Kostigern war tot. Okay, fast tot. Ich wälzte ihn von mir runter und entriss ihm die MP. Die Frau, weg. Und vor dem Hauptaltar lag... Lockhart. Lockhart. Sein Bauch ein roter Springbrunn. Sigi, wieso? Irgendwo in der Ferne? Das Flappen von Rotoren. Robin. Und dann... sah ich das Loch. Da, wo eben noch der kleine Altar der Ladies Chapel gestanden hatte. Er war einfach weg. Und stattdessen... ein Lichtschimmer. Der aus der Tiefe empor drang und ein weiches Viereck an die Decke zeichnete. Das Herz des Mädchens. Entweder war ich übergeschnappt oder tot. In beiden Fällen konnte ich genauso gut nachsehen. Stufen aus Gruppe hauen an Steinquadern. Eiskalt unter meinem Arsch. Schmerzwellen wie Migräne. Und frische Luft, die in Bewegung war, durchgewirbelt wurde, wie von einer Klimaanlage. Ein Korridor, dessen Decke gelb schimmerte. Die Wände aus blank poliertem Metall. Mein Spiegelbild. Ich sah scheiße aus. Am Ende des Korridors lag eine Tür. Sie glitt fast geräuschlos zur Seite. Dahinter befand sich ein weiterer Gang. Mit fugenlos glatten Wänden. Dann wieder eine Tür. Die Füllung verschwand in der Metallwand, ohne einen sichtbaren Schlitz zu hinterlassen. Ich sah über die Schulter. Meine Schuhe waren dreckig. Real. Es war alles real. So wie der Würfel. Er lag vor mir. Sieben Jahr zu hoch. In einem Raum, der... Wirklich? Ich schwöre... ...vor einer Sekunde noch nicht existiert hatte. Er sah aus wie auf den Fotos, die Rachel Briscoe gemacht hatte. Nur imposanter. Die obsidianen schwarzen, von Zeichen übersäten Seitenwände reichten fast bis an die Decke. Vibration. Kaum wahrnehmbar. Im Boden. Unter meinen Füßen. Aus irgendeinem Grund war ich mir sicher, dass sie vom Würfel ausging. Der Mann, der vor dem Würfel lag, bewegte sich nicht. Anscheinend war er bewusstlos. Oder tot. Nein, er lebte. Aber das Gesicht war wie von Fieber gerötet. Seine Klamotten, schmutzige Schuhe, Jeans und ein Baumwollpullover, der nach Hafenwasser stank, sahen aus wie drei Jahre nicht gewaschen. Er öffnete die Augen. Sind wir da auf dem Schiff? Können Sie aufstehen? Ich weiß nicht. Bring sie nach draußen. Wo sind wir hier? In einem Gewölbe unterhalb der Lesness-Abteil. In Abbey Wood. Kommt sie. Sie sollten lieber nicht fliegen. Der Junge stand in der Tür, durch die ich gekommen war. Er war dunkelhaarig, blass und nackt. Vielleicht 16 Jahre alt. Etwas in seinem Gesicht kam mir bekannt vor. Richtig. Der Lucy. Warum nicht? Es ist gefährlich für ihn. Wer bist du? Es ist nur eine Empfehlung. Von mir aus können wir. Gut, dann gehen wir. Ich nahm den Mann an die Hand und der Junge machte uns widerstandslos Platz. Ich wünsche Ihnen viel Glück. John, sing mir. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Die Parkplatzsituation war wieder mal eine Katastrophe. Auf der Nordseite der Surrey Street reihte sich Stoßstange an Stoßstange. Und im Süden fielen die Parkplätze gleich ganz weg. Wegen der verdammten Großbaustelle. Als bräuchte die Welt nichts dringender als die nächsten 40 Etagen fucking Coworking Space. An der Westseite der Temple Gardens, zwei Steinwürfe weg von der U-Bahn-Station, fand ich endlich eine Lücke, die ich mit einem kleinen Rangiermanöver geschickt erweiterte. Die halbleere Jack-Denius-Flasche, ab unter dem Beifahrersitz. Lockerts Aktenordner war im Kofferraum besser aufgehoben. Scheiß auf die ganzen zynischen Arschlöcher da draußen. Scheiß auf Susan Wade. Susan, fuck. Frag mich, Susan. Fuck. Scheiß auf. Nein. Sheila. Irgendwann, endlich, stand ich vor der roten Fassade der Ordwich Station und fingerte das Pick-Set aus der Hosentasche, das ich mir irgendwann mal von Lockhart besorgt hatte. Ach, scheiße, verdammte Axt. Okay. Oh Mann, ich... Ich wollte... Schon gut, Mr. Connolly. Ähm... Constable Matthew Rolls. Bitte. Wir haben Sie schon erwartet. 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 Sinclair. Dead Song. Folge 6. Nemesis. Ein Hörspiel von Sebastian Breitbach und Dennis Erhard. Produziert von Lübbe Audio. Sadako Schau, Stephanie Kellner, Sukogan, Gerrit Schmidt-Voss, James Powell, Peter Kämpfe, Bill Connolly, Robert Kotula, Vincent Kostigan, Johannes Steck, Pamela Scott, Bianca Kral, Glenda Perkins, Lotta Doyle, Deirdre Watkins, Toini Ruhlke, Randolph Scott, Nikolas König, Richard DeLussi, Dirk Petrick, Troy, Tim Kreuer, Wallace, Leon Blaschke, Verkäufer, Henry König, Ernie, Herbert Tennigkeit, Schaulustige, Susanne Demirjan, Jesse Grimm, Jonas Mintel, Matti Krause, sowie Detective-Inspektor John Sinclair, Torben Liebrecht. Dialogbuch und Sprachregie, Dennis Erhardt. Schnitt, Audiogestaltung und Mischung, Ear to Brain Productions, Sebastian Breitbach. Bergen appointments, Julian Ganda, Anil Ganda, Angela Ganda, Roman Kroak, Wah, Sal師, Daniel Dinh, Daniel Dinh, Daniel Dinh, Daniel Dinh, Daniel Dinh, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.